Ernle Bradford war ein englischer Schriftsteller und Historiker mit dem Schwerpunkt auf der Geschichte der Seefahrt und des Mittelmeers. Leben und Wirken, der Offizierssohn Bradford besuchte die Uppingham School in Rutland. Er begann bereits mit 16 Jahren zu schreiben, trat mit 18 in die Royal Navy ein und verließ diese am Ende des Zweiten Weltkrieges als Kapitänleutnant. Nach dem Krieg war er Radiosprecher bei der BBC, Herausgeber eines Sammlermagazins, begeisterter Segler, der mehrmals den Atlantik überquerte, und Angler. Mit seinem Boot bereiste er große Teile des Mittelmeeres, was dann von ihm in seinen Büchern verarbeitet wurde. Er lieferte viele Anhaltspunkte dafür, dass der griechische Dichter Juma in seiner Dichtung Odyssee viele reale Örtlichkeiten, Wege und Phänomene im Mittelmeer beschreibt, was darauf schließen lässt, dass sich die Odyssee an Erlebnissen auf einer Route durch das westliche Mittelmeer orientiert. 1967 übersiedelte Bradford nach Calcara auf Malta, wo er, mit Blick über den Grand Tabor von La Valeta, mit seiner Frau und seinem Sohn bis zum Tod lebte. Unter anderem übersetzte er die Chronik der Belagerung Maltas von Francesco Balbi di Correggio aus dem spanischen Original Werke, Biografien Cerdin Barbarossa der Corsar des Sultans. Goldmann, München 1972 ISBN 3-442-029783 Die Reisen des Paulus Bei 75451 Hannibal, Universitas Verlag München 1986 ISBN 3-8004-10222 Julius Cäsar, Ullstein, Frankfurt M. 1987 ISBN 3-548-275575 Konquistador der Meere, Sir Francis Drake, Abenteurer und Weltumsegler, Scherz, München 1966 Diplomat, Liebhaber, Ulstein, Frankfurt M. 1989 ISBN 3-548-34609X Reiseführer, die Griechischen Inseln, Einführer, Sechste Aufl, Pristel, München 1985 ISBN 3-7913-0237X Reisen mit Odysseus Zu den schönsten Inseln, Küsten und Städten des Mittelmeeres Neuosk Insel Verlag, Frankfurt M. 1999 ISBN 3-458-34208-7 Geschichtliche Darstellungen Bastion im Mittelmeer 143 Universitas Verlag München 1986 ISBN 3-8004-1123-7 Johanniter und Malteser Die Geschichte des Ritterordens Ulstein, Ulstein 1995 ISBN 3-548-344-291 Der Schild Europas Der Kampf der Malteserritter gegen die Türken 1565 Ulstein, Frankfurt M. 1204 Die Zerstörung und Plünderung Konstantinopels Heine, München 1980 ISBN 3-453-48066X Großkampfschiffe Festungen auf See Ulstein, Frankfurt M. 1991 ISBN 3-548-223 3-4-9-4